Es gibt so ein witziges Stereotyp oder ein Klischee, das besagt, dass die Schweizer sehr, sehr langsam sind. Heute werden wir hier ein Betriebssystem mal uns anschauen, das quasi genau das Gegenteil beweist. Denn heute installieren wir ein Schweizer Betriebssystem in circa 10 Sekunden. Und damit ist Newtix Linux, welches wir uns heute anschauen, das schnellste zu installierende Betriebssystem, was ich je erlebt habe. Und zusätzlich installieren wir noch BSPWM als Fenstermanager und schauen mal an, wie wir das Ganze dann so nutzen und einrichten können. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntag! Guten Nachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute installieren wir dieses schöne, hübsche Betriebssystem namens Newtix. Und das Symbol ist quasi, sieht ein bisschen aus wie das Ferrari-Symbol oder dieses Ferrari-Wappen mit einem Einhorn. Also das Einhorn ist so ein bisschen das Begleittier. So, hier auf der DistroWatch-Seite sehen wir schon, es handelt sich um ein, ja klar, Linux-Based-On, basierend auf LFS. Steht jetzt hier. Ist ein kleines bisschen verwirrend, denn LFS an sich ist kein Betriebssystem, sondern LFS bedeutet Linux from Scratch. Und Linux from Scratch ist ein Handbuch, welches man herunterladen und dann nachlesen kann, wie man ein Betriebssystem quasi aus dem Nichts installiert. Zusätzlich bietet Linux from Scratch dann sehr viele eigene Skripte und Tools mit an, die man dann eben nutzen kann, inklusive hier einer Step-by-Step-Instruction, also Instruktion und Anleitung, wie man ein Linux dann bauen kann. So, und genau das ist Nutix. Der Entwickler namens Thierry Nuttens hat dann sich entsprechend dieses Handbuch zur Hand genommen und hat dann ein wunderschönes Nutix Linux gebaut. So, hier sehen wir, mit welchen Desktop-Umgebungen das Ganze dann kompatibel ist. Red Poison habe ich jetzt bis jetzt noch nie gesehen. Weiß ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so genau, was das ist. Werden wir uns heute auch gar nicht angucken, ist auch völlig egal. Wir gehen nämlich jetzt mal auf die Webseite. Die sieht ziemlich rudimentär aus und hier gibt es dann allerlei Informationen. Übrigens befindet sich sowohl die Dokumentation als auch die gesamte Webseite oder auch die Sprache gibt es in zwei Sprachen, nämlich einmal Französisch und Englisch. Einer dieser beiden Sprachen sollte man durchaus mächtig sein, um Nutix auch zu verstehen und auch zu installieren. So, wir gehen mal auf Downloads in den Download-Bereich und finden hier schon eine Reihe von Isos zum Herunterladen. Da gibt es zum Beispiel die Base-Installation, die Basis-Installation, 32-Bit, 64-Bit. Dann haben wir LXDE, LX-Cute-Desktop, XFCE, dann Enlightenment ist jetzt ja auch im Kommen quasi, MATE ist mit dabei, GNOME und KDE. Das sind dann die Desktop-Umgebungen, die quasi schon vorgegeben sind. Ein Fenstermanager, wie jetzt zum Beispiel Openbox und so weiter, muss man dann einfach entsprechend ja selber dann installieren oder so wie wir das gleich machen werden, BSPWM. Zusätzlich gibt es noch ein sogenanntes Installations-Skript, das man sich herunterladen kann. So hat man dann die Möglichkeit, einfach eine leere Festplatte an einen bestehenden Rechner mit installiertem Betriebssystem einfach anzuschließen, zu formatieren, partitionieren, formatieren, einhängen, einmounten und dann dieses Install-Skript einfach entsprechend anpassen und ausführen und dann wird Newtix Linux einfach auf die Festplatte installiert, die Basis-Installation quasi. Hat sich der gute Thierry sehr, sehr gut ausgedacht. So, wir installieren jetzt die Basis-Installation, 64-Bit. Die werde ich jetzt mal runterladen, weil mir fällt gerade ein, dass ich das noch gar nicht heruntergeladen habe. Das Ganze wird dann hier von, ja, von Sourceforge.net heruntergeladen. Wir machen jetzt hier OK, ist gar nicht so groß, 650 Megabyte ungefähr. Gehen wir hier gleich wieder zurück und wie ihr siehst, hier ist quasi gleich zu Ende. So, der Grund, warum wir die Basis-Installation machen, ist, weil hier der EFI Bootmanager gleich von Haus aus mit dabei ist, inklusive DHCP-Client für die Netzwerke und so weiter. Das ist hier, glaube ich, nicht. Und ja, es ist im Prinzip auch das kleinste, quasi hier, ne, der kleinste ISO. So, gut, genug gequatscht. Dann geht es jetzt rüber in die virtuelle Maschine und ich erstelle eine neue virtuelle Maschine. Ich wähle jetzt hier einfach mal Newtix. Ach, hatte ich es doch schon runtergeladen. Okay, gut, ist egal. Nehmen wir es nochmal. So, hier geben wir ein Generic OS. Okay. So, Memory brauchen wir gar nicht so viel. Ich nehme jetzt mal 4096. Also 4 GB. Gebe meine 6 Prozessorkerne, die Hälfte meiner Kerne einfach dazu. Dann wird das alles dann rucki-zucki hier durchgeführt. Ich sage 30 GB. Das reicht völlig aus für das, was wir heute vorhaben. Und benenne das Ganze noch mit Newtix. So wird das geschrieben. Sehr schön konfigurieren wollen wir es vorher auch noch. Hier meine Netzwerkbrücke, die ich erstellt habe. Und dann den Chipsatz auf UEFI umschalten, weil ich möchte eine UEFI-Installation machen. So, dann ganz wichtig. IDE wird nicht funktionieren. Da bitte alles auf SATA umschalten. Ja, was ebenfalls nicht funktionieren wird, ist Wirt.io. Habe ich probiert, habe ich getestet. Kriege ich nicht zum Laufen. Die Installation selber funktioniert dann zwar. Allerdings ein Neustart sorgt dann für ein Kernel Panic Error. Hat ein bisschen gebraucht, um herauszufinden, warum ich ein Kernel Panic Error bekommen habe. Ja, habe ich einfach auf SATA umgestellt und voila, dann ging es. So, alles andere kann dann so bleiben. Auch der QXL-Videotreiber ist völlig in Ordnung. Und wir sagen Installation beginnen. So, dann kommen wir jetzt quasi hier zu diesem Grub-Bildschirm. Der bietet mir eine ganze Menge an, was ich machen kann. Das erste ist dann die normale Installationsroutine. Die machen wir dann gleich. Es gibt dann noch die Möglichkeit, das Ganze zu debuggen und auf RAM zu kopieren und den Debugger auf RAM zu kopieren und so weiter und so fort. Es gibt auch hier die Möglichkeit, eine Installable-Live-Umgebung zu starten. Das ist standardgemäß bei allen ISOs mit dabei. Bei der Basisinstallation würde sich einfach nur jetzt das Terminal dann öffnen und dann kann ich die Installation quasi manuell händisch durchführen. So, und man kann das Ganze auch direkt in den RAM schreiben. So, wir machen aber hier die Normalinstallation. Warten dann kurz, bis der die Module und alles geladen hat. Und dann kommt er jetzt gleich in die Auswahl, wo ich mein Land auswählen kann. Hier sind wir in Deutschland. Dadurch wird jetzt die ganze Sprache alles auf Deutsch gestellt. Auch die Tastatur ist jetzt gleich auf Deutsch umgestellt. Und dann komme ich hier zu dem Installationsmenü. Es gibt einmal nochmal so ein kleines Hilfe-Handbuch. Newtix installieren und erweitertes Menü. Bei dem erweiterten Menü kann ich im Prinzip alles manuell nochmal selber Schritt für Schritt machen oder sogar eine bestehende Distribution einfach löschen. Steht jetzt löschen, ist ein Übersetzungsfehler oder ein Schreibfehler bei der Übersetzung. Halb so wild. So, wir gehen nochmal ins Hauptmenü zurück. Und ich hatte ja versprochen, die schnellste Installation durchzuführen, die je durchgeführt hat. Und ich werde jetzt hier das Video nicht pausieren und nicht, sondern wir gucken jetzt quasi live zu, wie er das installiert, indem ich jetzt einfach hier auf Installieren drücke. Und ich sage dann auch, wenn die Installation vorbei ist, weil man muss genau hingucken, der startet nämlich gleich automatisch dann auch den Rechner neu. Ja, deswegen sage ich dann einfach Stopp. So, also auf die Plätze, fertig, los. So, wie gesagt, das wird jetzt hier nicht pausiert. Das ist jetzt alles live. Wir gucken uns das alles an. Und Stopp. Das war's schon. Der ist fertig. Die Installation ist durch. Der hat jetzt in diesen, keine Ahnung, 5 Sekunden, hat er die Festplatten partitioniert, formatiert, hat alles aus der ISO auf die Festplatten, auf die richtige Partition kopiert, eingerichtet, installiert und den Rechner jetzt neu gestartet. Innerhalb von 5 Sekunden, unglaublich. Als ich das das erste Mal hier durchgelebt habe, ich war völlig hin und weg. Und jetzt sind wir nämlich einfach nur in der Ersteinrichtung. Die Installation selber ist komplett durch. Wir sind jetzt einfach nur in der Ersteinrichtung und können jetzt sagen, welche Tastatur wir haben sollen, wie denn die Maschine heißt. Die kann Nutix heißen. Ja, das ist meine Netzwerkschnittstelle, also mein Ethernet-Controller mit einer Leertaste. Hau ich da ein kleines Sternchen rein und dann auf OK. IP-Adresse, die möchte ich automatisch haben. Uhrzeit stimmt so. Datum stimmt auch. Und jetzt können wir noch den Benutzer anlegen. Das ist der Benutzer-Typ. So heißt der. Und dann noch ein Passwort. Das wiederholen. Fertig. So, das war jetzt die erste Einrichtung. Wie gesagt, neu gestartet hat er schon. Und damit sind wir durch mit der Installation. So, jetzt hier einmal einloggen. Und fertig. Das war's. Na dann, schönen Sonntag noch. Spaß. Natürlich nicht. So, ich werde jetzt einfach das System mal schnell neu starten, weil ich die Auflösung anpassen möchte. Das braucht man normalerweise jetzt so nicht, wenn man das auf einem normalen Rechner installiert. Einfach nochmal sudo reboot. Richtig schreiben. So, sudo reboot. Jawohl. Und dann startet der jetzt einmal neu. Hier nochmal Vollbild machen. So, die Auflösung kann ich hier nämlich ändern, indem ich einfach auf E drücke. Und dann gehe ich hier in die Kernel-Parameter ganz ans Ende und sage einfach Video. ist gleich 19,20. Ja, ist gleich. Ja, klar. Deutsche Tastatur. So, hier. 19,20. Mal 10,80. Und sage dann F10, weil ich das jetzt booten möchte. Und dann bootet er jetzt in diese Auflösung rein. So, jetzt ist er sehr gut drin in der Auflösung. Dann können wir uns jetzt dann auch einloggen. Mit dem Benutzernamen und dem Passwort. Und dann einmal, ja, mit Steuerung L kann ich dann immer das Vollbild machen. Als allererstes müssen wir jetzt hier etwas vorbereiten. Und zwar ist das alles ein bisschen klein. Also werden wir hier jetzt etwas installieren. So, der Paketmanager von Newtix lautet Cards. Und Cards ist, ja, benutze ich im Prinzip so wie jeden anderen Paketmanager auch. Einfach mit sudo Cards install. Zum Beispiel kann ich dann etwas installieren. Und es gibt dafür aber schon vorgefertigte Aliases in einer Bash-Arte-RC-Datei. Und die erlaubt es mir, einfach die Installation mit get durchzuführen. Ja, also get. Und dann installieren wir mal ein neues Font erst mal. Und zwar terminus minus font. Und dann wim. So, Passwort rein. Jawohl, ttt ist mein Passwort. Ja, aber nur wir für die virtuelle Maschine. So, ist im Prinzip schon installiert. Und als nächstes, jetzt mache ich das mal kurz weg, gebe ich ein Z-Font. Slash USR. Slash Share. Dann KBD. Dann Console Fonts. Da hat er es schon. Und dann möchte ich das Font TR 132 Bolt, also B, haben. Einmal auf Enter und zack, schon ist alles wunderschön groß. Und ihr könnt jetzt hier alles schön sehen. So, und jetzt schauen wir uns mal mit WIM. Deswegen habe ich nämlich WIM gleich installiert. Mal die Bash-RC-Datei an, die hier schon vorgegeben ist. Bash-RC. So, und so sieht die Bash-RC-Datei aus. Bash-RC konfiguriert im Prinzip das Terminal. Hat im Prinzip jeder in seinem Home-Ordner einfach liegen. Die Punkt Bash-RC. So, dann, was wir hier sehen ist, im Prinzip, dass ein Alias, nämlich NU, bedeutet New User quasi, führt diesen Befehl aus. Nämlich Setup-NewTix minus CU. Ja, hier sehen wir auch DEL. Wenn ich DEL eintippe, dann würde Cards Remove ausgeführt werden, was im Prinzip bedeutet, dass ich das Programm deinstalliere. Mit GET kann ich etwas installieren. Das haben wir gerade gemacht. Und dann kann ich auch updaten, checken und upgraden. Das werden wir jetzt gleich machen. Das Ganze steht jetzt hier zweimal. Einmal mit sudo, einmal ohne. Weil die Bash-RC-Datei einfach checkt, ob ich gerade Super-User bin. Ja, ob ich gerade Root-User bin oder eben nicht. Und wenn er dann gecheckt hat, das sieht man hier oben, EU-ID, der checkt also, ist meine ID, meine U-ID, wenn diese 0 ist, 0 ist der 0ste User auf dem Profil, was quasi der Root-User ist. Und wenn das der Fall ist, dann führe bitte das alles ohne sudo aus. Und ansonsten, wenn ich jetzt kein Root-User gerade bin, sondern so wie jetzt gerade Typ, führe bitte sudo dann aus. Und das sind im Prinzip dieselben Befehle. Gut, hier unten haben wir dann noch ein paar andere. Alias ist zum Beispiel Search, kann ich nach Programmen in Cards Paketmanager suchen. Und LL wäre dann das typische LS, um sich alles Mögliche auflisten zu lassen. Ja, einfach nur der Buchstabe L listet auch Dinge auf. Und DFH für das Anzeigen der Festplatte und wie voll die sind. Ja, und das war es im Prinzip schon. Das ist die Bash-RC, also nicht sonderlich viel. So, dann einmal raus mit Doppelpunkt und Q und dann mit STRG L räumen wir den Bildschirm wieder auf, dass das hier alles wieder schick aussieht. Das ist im Prinzip, ja, Newtix Linux in seiner Basisform. Mit Top können wir einfach auch nochmal schauen, wie das Ganze jetzt hier so ressourcenmäßig aussieht. So, ich möchte als allererstes gleich schon mal H-Top installieren. Natürlich mit Get-H-Top. So, dann hat er das installiert und mit H-Top können wir nämlich einfach mal schauen, wie denn hier so diese Performance so abgeht. Wir haben ja jetzt noch gar nichts weiter installiert, außer das Basis-System. Man sieht ja auch, es laufen extrem wenig Prozesse. Es gibt einmal, ziemlich weit unten sieht man das, S-Bin-A-Getti. Das sind dann die verschiedenen Terminals, die jetzt hier nebeneinander laufen. Eins sehen wir jetzt quasi vor uns. Dann sehen wir hier noch DHCP-Server. Das ist quasi für die Netzwerkverbindung. Und das war es im Prinzip schon. Mehr läuft hier nicht. Also es ist ein extrem schlankes System. Oben bei Memory siehst du mit diesen bunten Strichlein dahinter steht 105 MB von meinen 4 GB, die ich vergeben habe. Das ist ein unglaublich schlankes System. Wenn wir jetzt gleich BSP-WM installiert haben, werden es ungefähr 300 MB in der Laufzeit sein. Es ist wirklich unglaublich schlank und unglaublich schnell. So schnell wie die Schweizer sind oder wie man so schön sagt. Schnell wie ein Schweizer. So, dann wollen wir mal anfangen mit dem Installieren eines Fenstermanagers, nämlich dem Fenstermanager BSP-WM. Und dazu brauchen wir eine ganze Menge Tools. So, und zwar fangen wir an. Get. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal xorg. Das ist ein Anzeigeserver, ein Display-Server, damit überhaupt Fenster und alles Mögliche angezeigt werden können. Dann brauchen wir xorg-xrender. Das ist ein xorg-Tool zum Ändern der Bildschirmauflösung. Das brauchen wir hier in der virtuellen Maschine. Auf einem richtigen Rechner wird es nicht zwangsläufig notwendig sein, xRender mit zu installieren. Kann man aber auf jeden Fall machen. Besonders, wenn du mehrere Monitore hast, brauchst du auf jeden Fall xRender, um die verschiedenen Monitore mit den Auflösungen und so weiter zu administrieren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. So, dann brauchen wir ein Display-Manager. Das wird hier heute mal LightDM sein. LightDM ist ein sehr hübscher Display-Manager, der dann im Prinzip die ganze Zeit als Unterbau läuft. Und dieser Display-Manager bekommt noch einen Anmeldebildschirm. Den nennen wir LightDM-Greeter. Der LightDM-GTK-Greeter. Das ist dann quasi unser Login-Fenster. Dann brauchen wir einen Network-Manager, damit wir ins Internet kommen. Dann ganz klar B, S, P, W, M. Das ist dann unser Fenster-Manager. Und dazu gehört S, X, H, K, D. Das ist der Simple X-Hotkey-Dämon, heißt das. Also, das ist ein Programm zum Konfigurieren und Erstellen von, ja, Tastaturkürzel, von Shortcuts. Denn B, S, P, W, M alleine ist nicht bedienbar, da es keinerlei Tastatureingaben in seinem Programmcode hat quasi. Also muss S, X, H, K, D drauf installiert werden, damit ich B, S, P, W, M überhaupt steuern kann. Dass ich überhaupt mit einer Tastenkombination irgendein Fenster ansprechen kann. So, dann als nächstes möchte ich noch D-Menu haben. Denn man möchte natürlich nicht jedes Programm einer Tastenkombination zuordnen und kann dann mit D-Menu die Programme dann entsprechend auch suchen. Indem man es einfach eintippt, zeige ich dann, was das genau ist. So, wir brauchen ein Terminal. Ich nehme Terminator. Wir brauchen ein Programm zum Erstellen bzw. zum Konfigurieren des Hintergrundbildes. Das finde ich schon wichtig. Das können wir realisieren mit Nitrogen. Nitrogen. Dann, was brauchen wir noch? Wir möchten gegebenenfalls das Aussehen der Fenster ändern und können das Ganze mit Alex Appearance. Das heißt hier allerdings LXDE Bindestrich Appearance. Appearance. Das muss richtig geschrieben werden. So, dann brauchen wir einen Compositor. Das ist Pycom. Ein Compositor sorgt dafür, dass ich zum Beispiel Fenster transparent machen kann. Oder dass Animationen durchgeführt werden können. Pycom ist ein sehr, sehr schlanker, einfacher Compositor. Für Transparenz-Effekte. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. So, ein Dateimanager ist auch immer gut, wenn man den hat. Ich nehme hier einfach mal Nautilus. Das ist der, ich glaube, Standard-Gnom. Für Gnome ist das, Nautilus-Dateimanager. Dann brauchen wir noch den Firefox, einen Browser quasi. Und Git werden wir auch noch brauchen. Denn wir brauchen gleich für BSPVM noch die Beispielkonfigurationsdateien. Das heißt, wir saugen uns nicht die Konfiguration aus dem Daumen, sondern wir nehmen einfach eine Beispielkonfiguration und passen die ein bisschen an. Dann so machen wir uns das Leben leichter. So, dann war es das im Prinzip. Dann können wir jetzt einmal installieren. Mehr brauchen wir nicht. Und das kann jetzt durch den X-Server eine Weile dauern. Und deswegen warten wir einfach mal ab. So, und wie man hier sieht, werden auch die Displaymanager direkt schon gestartet. Oder der Displaymanager wird auch hier schon automatisch als Dienst eingerichtet. Das heißt, das brauchen wir alles nicht manuell dann mal machen, sondern das passiert hier alles automatisch. Auch der Netzwerkmanager wird ebenfalls als Dienst gleich eingerichtet, so dass er nach jedem Neustart, bei einem Neustart des Systems, automatisch mitgestartet wird. Finde ich super, dass das schon während der Installation automatisch passiert. So, mitgeliefert wurde gleich der sämtliche Audio-Codex wie LAME für MP3, FF-MPEG, MPEG und so weiter, WAVE, FLAC. Aber auch so Tools wie PULS Audio und so weiter ist alles jetzt schon mit installiert worden. So können wir dann zum Beispiel auch einen Audio-Player dann irgendwann später runterladen und dann einfach mal ganz fix Musik spielen. Oder zum Beispiel, ja, auch über den Browser einfach gleich schon Ton abspielen. So, die Installation ist durch. Wir können hier den Bildschirm aufräumen. So, jetzt haben wir zwar alles installiert, wir können es aber natürlich noch nicht starten, denn wir müssen es jetzt erst mal einrichten für den Start. Und gerade BSPWM und SXHKD, also dieser Keyword-Dämon da, die benötigen eine Konfigurationsdatei, auf die sie zugreifen können, um eben zu wissen, was sie machen sollen. Und diese Konfigurationsdateien müssen wir erst mal erstellen. Und die laden wir uns einfach herunter. Aber vorher erstellen wir jeweils einen Ordner in unserem Konfigurationsordner. Mit L gucke ich jetzt hier einfach mal, was ich jetzt hier in meinem Heimverzeichnis schon verfügbar habe. Hier gibt es im Prinzip noch nicht viel, außer die Bash-RC-Datei, die wir uns eben schon angeguckt haben, und einen Config-Ordner. Und in diesem Config-Ordner, da sind jetzt schon ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel die Konfiguration von Nautilus und so weiter, da müssen wir jetzt auch die Konfiguration für BSPWM und SXHKD eintragen. Und da kommt dann jetzt jeweils ein Ordner rein. Das mache ich mit mkdir. Mit mkdir erstelle ich einen Ordner. Und da ich aber nicht nur einen, sondern gleich mehrere erstellen möchte, sage ich P. Das drücke ich quasi mit dem Schalter P aus. Und weil, achso, ja, und dann wohin? Nach Config. Und in Config möchte ich zwei Ordner erstellen, nämlich einmal BSPWM und SXHKD. Das kann ich dann in so einer geschweiften Klammer einfach schreiben. Dann weiß der, dass ich diese beiden Ordner auf der Ebene Config erstellen möchte. Dann müssen wir uns jetzt die Konfigurationsdateien, die Beispieldateien herunterladen. Die klonen wir uns direkt aus dem Git-Repository von GitHub. Da gibt es ja den kompletten Quelltext, der ist ja frei verfügbar. Das mache ich mit git-clone. Und dann https, doppelt Punkt, slash, slash, dann github.com, ne, github.com, slash, dann der Entwickler heißt Baskerville, das ist der Entwicklername, und das Projekt heißt bspwm.git. So, einmal klonen, so, mit dem herunterladen, also mit dem Klon hat er automatisch jetzt einen Ordner erstellt. Das sehen wir hier in blau. Das ist der bspwm-Ordner. In den gehen wir einfach mal rein. So, hier gucken wir uns nochmal an, was hier drin ist. Und hier sehen wir jetzt im Prinzip die ganzen Source-Files, quasi die ganzen Quelldateien. Unter anderem gibt es auch einen Ordner namens Examples. cd-examples, cd-examples, da gehen wir auch mal rein. Und hier sehen wir jetzt einmal die grüne bspwm-rc-Datei und eine sxhkd-rc-Datei. Und immer rc-Dateien, das kann man sich so vielleicht ein bisschen merken, immer wenn irgendeine Datei auf rc endet, ist es in der Regel eine Konfigurationsdatei. Bei der bspwm-rc ist es die Besonderheit, die ist ausführbar. Die muss ausführbar sein. Hier in dem Falle ist sie bereits auf ausführbar gesetzt. Das sehen wir vorne. Wenn du mal die Zeile nach vorne gehst, sagst du ja diese rw und x. Und das x bedeutet, dass diese ausführbar ist. Die sxhkd-rc-Datei ist eine reine Textdatei. Die ist nicht ausführbar. Die wird dann nachher einfach eingelesen von bspwm. Und deswegen ist das eine reine Textdatei, die eben nicht ausführbar ist. Deswegen findet sich dort vorne kein x bei den Zugriffsberechtigungen. So, wir gehen jetzt hier einfach mal wieder zurück in das Heimverzeichnis. Und wir kopieren jetzt diese Dateien einfach in den jeweiligen Ordner. Und ich mache das ganz professionell mit Install. Ja, weil mit Install kann man quasi auch kopieren. Das ist quasi eine Installation. Und ich möchte hier auch das rechte Management einfach nochmal komplett richtig haben. Das mache ich mit dm. Kann ich jetzt das rechte Management der Datei festlegen. Und ich brauche eben das Recht 755. Ist schon eingestellt, ja, mit rwx und x. Aber so kann man auch nochmal sicher gehen, dass jetzt die kopierte Datei ebenfalls diese Rechte hat. Das heißt, ausführbar für alle. Und lesend und schreibend für Gruppen, Eigentümer und Nutzer. Ja, und für alle anderen auf jeden Fall nur ausführbar. Das ist wichtig, dass das bei dieser Datei so eingestellt ist. Ansonsten funktioniert bspwm nachher nicht. Dann hat man einfach nur das Hintergrundbild und kann nichts bedienen. So, dann. Wo liegt die Datei? Die liegt natürlich hier im bspwm. Exemples-Ordner, da waren wir ja gerade drinnen. Und die heißt bspwm, halt, bspwm-rc. So heißt die. Da liegt sie. Und wo wollen wir sie hinhaben? In .config. Und dann bspwm. Und dann können wir hier auf Enter drücken. So, jetzt hat er die da reinkopiert. So, jetzt können wir im Prinzip mal mit der Pfeil-nach-oben-Taste den letzten Kommando, das letzte Kommando nochmal aufrufen. Und jetzt muss ich hier die rechte Verwaltung natürlich entsprechend anpassen. Mit 644 kann ich dann eben sagen, dass es eben nur lesend und schreibend sein soll, ohne ausführen. 7 bedeutet dann mit ausführen und die 6 dann ohne ausführen. Und in dem Falle ist es dann die sxhkd-rc. Und das kommt dann auch hier rein in sxhkd. Und fertig. So, jetzt haben wir diese Dateien da drin. Jetzt müssen wir die Dateien einfach öffnen. Ich räume hier mal wieder ein bisschen auf. So, damit wir hier nicht geblendet und abgelenkt werden. So, jetzt müssen wir schon mal einen kleinen Blick reinwerfen und das Ganze auch vorbereiten. Und hier erübrigt sich dann im Prinzip schon die erste Frage, wie kriege ich denn raus, welche Tastenkombinationen denn überhaupt bei BSPWN zu verwenden sind. Das sehen wir jetzt mit Öffnen der sxhkd-rc-Datei. Und hier sieht man schon, dass das ziemlich einfache Beschreibung ist. Das wäre jetzt zum Beispiel Terminal-Emulator Super und Return. Also die Super-Taste ist die Windows-Taste. Mit Windows Enter kann ich das Terminal öffnen. So, wir haben aber urxvt gar nicht installiert, sondern wir haben Terminator installiert. Ja, Terminator. So, also werde ich das Ganze hier entsprechend anpassen, sodass hier Terminator sich öffnet. So, D-Menu-Run ist hier drin, wird mit Super, also mit der Windows-Taste und der Leertaste gestartet. Das ist das D-Menü, was ich installieren wollte oder was ich installiert habe. Das zeige ich euch da. Das ist dann oben so eine Leiste, die sich dann öffnet. Und dann kann ich einfach ein Programm suchen, indem ich das dann da einfach eintippe in diese D-Menü-Leiste. Ich kann aber auch sagen, ich möchte zum Beispiel das D-Menü anders über eine andere Tastenkombination nutzen, wie zum Beispiel F3. Ich nutze es persönlich gerne über das F3-Menü, also Super F3. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Das kannst du völlig aussuchen, wie du das möchtest. Das musst du jetzt so nicht machen. Dann, was ich auch gerne nutze, ist natürlich den Browser in der Tastenkombination, den Firefox mit Super. Und ich nutze gerne F1. Super und F1 möchte ich immer, dass der Firefox sich öffnet. Das hat sich bei mir so eingebürgelt. Wie gesagt, das ist alles freiwillig. Das musst du so gar nicht eingeben. Super, Shift und Enter. Super und Shift und Return. So, mit Super, Shift und Enter öffne ich immer meinen Dateimanager, also den Nautilus hier in dem Falle. Nautilus, den haben wir uns installiert. Und wenn wir die Programme geöffnet haben, muss es ja auch eine Möglichkeit geben, diese wieder zu schließen. Es ist nämlich so, dass einige GTK-Anwendungen gar keine Schließenkreuzchen oben rechts oder so haben. Wie zum Beispiel der Firefox wird nachher keine Möglichkeit haben, irgendwie das zu schließen. Außer wenn man alle Tabs einfach schließt, dann schließt sich der Browser auch. Aber es wird nachher in der Nutzung von BSPWM immer wieder dazu kommen, dass man ein Fenster hat, das kein Kreuzchen hat. Zum Schließen. Also muss es dafür ebenfalls eine Tastenkombination geben. Die Standard-Tastenkombination zum Schließen von Programmen ist bei vielen Fenstermanagern Super und der W. Ich selber nutze gerne Super und Q. Das hat sich bei mir so eingefallen. Man kann auch W. W ist, glaube ich, bei einigen vorinstallierten Sachen. Bei Arco Linux, glaube ich, auch. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Ich habe es auf jeden Fall immer auf Super und Q. Und das Schließen wird dann mit einem Befehl durchgeführt. Das ist BSPC. Das ist im Prinzip der BSPWM, das Programm, der Befehl dazu. Und die Anweisung zum Schließen lautet dann eben, nimm einen Knoten. Note. Nein, das ist falsch geschrieben. Mit D bitte. So, also BSP Note. Ein Knoten ist quasi ein Programm, ein Tool, etwas, was ich gerade fokussiert habe, ist ein Note. Ja, welcher soll er nehmen? Natürlich mit Bindestrich C sage ich einfach den Current Note. Das heißt, das Fenster, was ich gerade markiert habe, was gerade aktiv und Fokus ist, wenn ich da Super und Q drücke, wird sich dieses Note entsprechend schließen. So, man kann jetzt hier noch einfach noch ein bisschen durchgehen. Hier kann man mit Super Escape, kann man zum Beispiel einfach SXHKD einfach nochmal neu laden. Wenn ich also während der Nutzung von BSPWM hier in dieser SXHKD-Datei noch irgendwas hinzufüge oder ändere, kann ich einfach mit Super und Escape diese Datei neu laden. Und dann kann ich auch die neuen Hotkeys sofort nutzen, ohne jetzt den Rechner neu starten zu müssen. Ja, so, ebenso kann es natürlich sein, dass irgendwie BSPWM selber sich irgendwie komisch verhält und ich vielleicht irgendwie BSPWM neu starten möchte, dann kann ich das mit Super, Alt und R. Dann wird im Prinzip dieser, ja, Window Manager komplett neu gestartet und lädt sich neu, inklusive aller Dateien, die mit drin sind, die mitladen. Ja, Pycom zum Beispiel oder Autilos, das machen wir aber gleich. Ja, und ja, hier ist das auch nochmal Super, Shift, W oder Super, ah ja, hier genau, mit Super, W oder Super, Shift, W kann ich dann zum Beispiel den Current Node dann entsprechend schließen bzw. killen. Ja, ja, ein Kill ist ein radikales Beenden eines Prozesses. Das ist das, was ich sagte, das ist so diese Standard-Tastenkombination ist Super und W, ich selber nutze gerne Super und Q. So, und so weiter, man kann hier einfach mal durchgehen oder sich dann auch im Wiki auf dem GitHub-Account, gibt es eine Dokumentation, welche Tastenkombination dann mal so nutzen kann, wie man eintragen kann. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Mit Doppelpunkt und X speichere ich die Datei jetzt einfach ab und schließe sie und gehe jetzt als nächstes in die BSPWM-Datei rein. BSPWM, BSPWM-RC. So, das ist nämlich die ausführbare Skript-Datei, deswegen haben wir hier oben auch diese sogenannte Shebang-Line mit bin-sh. Das ist also ein sh-Skript, ein ausführbares sh-Skript und wir schauen mal schnell rein, was in diesem sh-Skript gerade so abgeht. In der ersten Zeile sehen wir, dass mit Starten von BSPWM automatisch der shk-Demon quasi, sxhk-Demon gestartet wird. Ja, also das mit den Tastenkombinationen. So, hier wird jetzt festgelegt, welcher Monitor gerade in Benutzung ist und wie viele Arbeitsflächen ein Monitor haben soll. Das wird hier klassischerweise noch in römischen Zahlen angegeben. Ich weiß aber, mittlerweile kann man das Ganze auch ganz normal in lesbaren Zahlen machen, zum Beispiel hier 8, 9 und 10. Ja, das heißt, ich habe quasi 10 Arbeitsflächen, durch die ich durchschalten kann und die kann ich dann auch mit der Windows-Taste und 1, Windows 2, Windows 3 und so weiter, kann ich diese Arbeitsflächen entsprechend durchschalten. So, und welcher Monitor das nachher sein soll, das kann man dann hier nochmal spezifizieren. Mit Virtual One wäre jetzt mein Monitor. Da ist dann X-Render, was wir installiert haben, sehr hilfreich, um herauszufinden, wie dein Monitor benannt ist. Gerade wenn du mehrere Monitore hast, dann, die werden in der Regel nicht virtuell 1 heißen, der heißt jetzt bei mir hier virtuell 1, der könnte bei dir aber zum Beispiel HDMI 0, 1 oder so heißen oder DP-1-0 und so weiter, ja, oder HDMI-1-1. Je nachdem, wie viele Monitore du hast und wie du sie angeschlossen hast, werden die dann so angezeigt. Und dann kannst du für jeden Monitor entsprechend, ich mache jetzt mal hier halt Escape mit Y, kann ich jetzt hier kopieren, dann ans Ende gehen und mit P einfach einfügen, da habe ich eine Line kopiert quasi, dann einmal mit I wieder in den Bearbeiten-Modus und dann kann ich hier zum Beispiel virtuell 2 eingeben und kann dann hier zum Beispiel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und dann zum Beispiel 20. Kann ich dann hier die Monitore auf Monitor 2 legen. Ich habe jetzt keinen Monitor 2, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wie ich das Ganze einrichten kann hier. und ich kann nachher in der SX-HKD-Datei jeder einzelnen Arbeitsfläche eine Tastenkürze vergeben. Zum Beispiel könnte ich sagen, Windows 1 bis 0 sind dann im Prinzip der Bildschirm 1 bis 10 und dann zum Beispiel mit, was weiß ich, Windows Alt 1 bis 0 sind dann auf dem zweiten Monitor dann von 11 bis 20. Das nur so als Beispiel, ja, gut, das soll es aber gewesen sein. So, wir können das jetzt hier mit D einfach löschen. Ich drücke zweimal D und dann wird die ganze Sache hier entfernt. Dann machen wir auch hier noch ein bisschen runter. Ja, und ansonsten kann ich hier die Fenster dann entsprechend konfigurieren, wie, wenn nachher ein Fenster angezeigt ist, wie groß ist der Abstand zwischen den Fenstern, wenn die nachher angeordnet werden. Das sind so hier 12 Pixel. Und sollen die Fenster einen Rahmen haben und wie weit, wie dick ist der Rahmen? In dem Falle wird es ein 2 Pixel dicker Rahmen sein. Das wird hier, und da gibt es noch unzählige andere Konfigurationsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Entfernung zum Bildschirmrand von oben, von unten und so weiter, von der Seite. Das ist durchaus wichtig, wenn man dann unten oder oben einen Dock hat, so wie ich. Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Wenn wir jetzt hier nochmal bei mir sind, ich habe jetzt hier mal kurz weg, das ist jetzt auch BSPWM, was ich nutze. Und da sieht man ja, ich habe hier oben dann die Polybar und dieses Fenster hier jetzt vom Browser ist ja vom Bildschirmrand oben weiter weg als zum Beispiel von links oder von unten. Und das muss halt entsprechend berücksichtigt werden, wenn ich vorhabe, eben eine Polybar oder eine Bar oder ähnliches zu installieren. Ja, dann kann ich das entsprechend so designen und in der BSPWM RC-Datei entsprechend festlegen, wie der Abstand denn sein soll. So, jetzt machen wir mal weiter. Ich will da auch jetzt gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, nur mal kurz oberflächlich ankratzen, was alles möglich ist. Hier ist als Beispiel jetzt drin, dass wenn ich jetzt GIMP zum Beispiel installiert hätte, soll in diesem Beispiel GIMP dann, wenn ich jetzt starte, automatisch auf Monitor 8 starten. Also nicht schon auf meinem Monitor, aber auf Workspace 8 im Prinzip. Ja, und es soll im Floating-Mode gestartet werden, also soll nicht so gekachelt werden, wie das bei einem Fenstermanager so üblich ist, sondern das soll dann im Floating-Mode, sodass ich mit der Maus dann die Fenster ganz normal verschieben kann. Das ist gerade bei dem GIMP wichtig, wenn du die ganzen Tool-Leisten so ein bisschen voneinander separierst. Dann hast du so ein Floating-Mode und dann, ja, dann ist das natürlich wichtig. Ja, hier als Beispiel Chromium. Wenn ich Chromium installiert hätte und ich würde es jetzt installieren und starten, würde es automatisch auf der, ja, hier auf dem Workspace 2 starten. Das ist soweit erstmal hier als Beispiel erklärt. Wie gesagt, im Wiki auf dem GitHub, auf der GitHub-Seite im Wiki oder auch in diversen Foren gibt es haufenweise Sheet-Sheets oder Beispiel-Konfigurationen, wo ich nochmal genau gucken kann, was ich alles so konfigurieren kann. Man kann hier wirklich Jahre verbringen, um hier sich das Wunsch-Aussehen zusammen zu konfigurieren. So, für uns soll das jetzt aber erstmal reichen. Wir haben das jetzt hier so, ja, eingetragen. So, eine Kleinigkeit, achso, erstmal speichern und beenden. So, jetzt haben wir SX-HKD und BSP-WM soweit konfiguriert, damit aber die Auflösung nachher stimmt. Ah, nein, ich habe noch was vergessen. Ha, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Es muss bitte noch etwas gestartet werden. Dann, und zwar möchte ich automatisch mit BSP-WM Nitrogen starten. Das ist der Verwalter für den Bildschirmhintergrund. Restore gibt dann einfach nur an, dass das letzte Hintergrundbild, was ich eingespeichert habe, dann auch wieder laden soll. So habe ich also mit jedem Neustart des Rechners immer wieder den gleichen Hintergrundbild, den ich halt mal eingerichtet habe. Und Pycom ist unser Kompositor. Das ist der mit der Transparenz. Den starte ich dann ebenfalls automatisch mit Pycom, dem Und-Zeichen. Das Und-Zeichen sorgt dafür, dass der Prozess in den Hintergrund gesetzt wird, sodass alles andere hier nachher mitstartet. Sonst würde der hier einfach aufhören. Und dann würde zum Beispiel meine Monitoranzeige nicht richtig funktionieren oder ja, im Prinzip alles nicht wirklich zu Ende laden. Gut, jetzt haben wir es aber. Dann die richtige Auflösung brauchen wir. Wir sind gleich fertig. Ihr habt es gleich geschafft. So, also ich gehe jetzt mit sudo vim. Jetzt machen wir quasi eine Systemänderung. Deswegen sudo gehe ich jetzt mal in etc. Da befinden sich ja in der Regel die Konfigurationsdateien. Da ist unter anderem lite.dm und die lite.dm.conf Datei. Die ist jetzt hier. Die öffnen wir mal. Jetzt nicht erschrecken. Das ist alles hier irgendwie ziemlich hell auch und ziemlich blau. Ich scrolle jetzt hier einfach mal ganz weit nach unten. Da gibt es hier den Punkt Seed. Seed Doppelpunkt Sternchen. Das ist diesen Abschnitt, den will ich haben. Und da gehe ich jetzt hier auf Greeter. Und lösche dieses Hashtag, also die Raute, das Raute-Symbol einfach vorne weg. Und das ist hier so ein Beispiel-Exempel. Das brauchen wir auch nicht. Die Greeter-Session, also sprich unser Login-Bildschirm, haben wir ja installiert, ist lite.dm-gtk-greeter. So, ja, das ist wichtig, dass das noch gestartet wird, sonst müssen wir uns wieder im Terminal einloggen und dann den X-Server manuell starten. Das ist natürlich auch blöd. So, und als nächstes noch die Auflösung. Die können wir hier nämlich bei Display-Setup-Skript ebenfalls schon direkt einstellen. Und zwar, und jetzt schließt sich nämlich der Kreis mit X-Render. Das ist nämlich das Programm zum Einstellen der Auflösung. Wähle ich erstmal mit Output den Bildschirm an. Das ist Virtual One. und dann sage ich Modus und dann halt die Display-Auflösung, die ich haben möchte. In dem Falle 19-20 mal 10-80. So, ja, das war es im Prinzip schon. Das haben wir, das jetzt konfiguriert. Einmal X und raus. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir das ganze System einmal neu starten mit sudo-reboot. So, Daumen gedrückt, dass das alles auch funktioniert. Sehr schön. Wenn ich die Desktop-Umgebungen installiere, zum Beispiel LXDE oder XFCE, Marte und so weiter, dann wird das jetzt hier alles aufgelistet und ich könnte einfach auswählen, welche Umgebung ich jetzt, quasi in welche Umgebung ich mich jetzt einloggen möchte. BSP-WM ist jetzt die einzige Umgebung, die wir haben. Und, ja, die werde ich jetzt hier einfach mal eintragen. So, und damit sind wir drin. Ja, nicht erschrecken. Es wird nur das Hintergrundbild angezeigt. Mehr erst mal nicht. Wir haben auch keine Bar installiert. Ich habe jetzt, weil Polybar ist, nicht standardgemäß, nicht in den Repositories drin. Wollte es jetzt aber auch nicht aus den Quellen installieren und kompilieren und so. Das hätte jetzt den Rahmen ein bisschen gesprengt. Deswegen reicht das erst mal so aus. So, wir probieren mal aus. Windows und Enter. Super, Enter. So, das ist jetzt unser Terminal. Das ist Terminator. Der sieht natürlich jetzt nicht sonderlich schön aus. Und deswegen werde ich mit Rechtsklick und Einstellungen hier jetzt einfach mal ein bisschen rumkonfigurieren. Und das können wir hier über Profile machen. Titelleiste braucht jetzt nicht angezeigt werden. Ich möchte einen Unterstrich haben. Dann möchte ich Farben Grau auf Schwarz. Das können wir so lassen. Das möchte ich hier auf ein bisschen schönere Farben haben. Wir können, ja, nehmen wir Linux. Dann Hintergrund machen wir Transparenz. Machen wir so um die 70, zwischen 70 und 80 Prozent. Das reicht völlig aus. Bildlauf will ich gar nicht haben. Das stört einfach nur die Ansicht. Und, ja, ich nehme mal an, dass das so bleiben kann. Alles andere kann, glaube ich, so bleiben, wie es ist. Dann einmal auf Schließen. Und, ja, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Pycom greift jetzt auch. Sieht man, ne? Die Transparenz. Jetzt sehe ich so das Hintergrundbild durchscheinen. Und hier sehen wir auch diesen Rahmen. Das sind diese, was wir in der BSPWM-Datei gesehen haben. Das ist dieser 2-Pixel-Rahmen. Und der Abstand zu dem Fensterrand oder auch zu den Fenstern, wenn ich jetzt hier noch ein zweites einfach daneben öffne, mit Super und Enter, noch ein zweites Terminal, sehe ich hier, das sind 12 Pixel. So, jetzt habe ich, hier sieht man auch, welches ich gerade aktiv markiert habe, indem ich zum Beispiel einfach draufklicke. Und wenn ich jetzt mit Windows Q, also mit Super Q einfach, dann wird das Fenster einfach geschlossen. So, mir gefällt jetzt aber die Schrift, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig, die da jetzt angezeigt wird. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier keine Systemschriftart nehmen, sondern vielleicht irgendeine schöne Schriftart, die jetzt ein bisschen besser ist. Also eine Mono-Schriftart ist immer gut. Wir nehmen eine fette Schriftart und ich sage mal so 20 groß kann so bleiben. Und ja, so ist super. Ja, mit STRG L kann ich immer das Terminal aufräumen. So sieht es doch schon mal wirklich gut aus. So, als nächstes wechseln wir mal. Wir sind jetzt in dem Workspace 1. Jetzt wechsle ich mal in den Workspace 2. Ja, super, 2. Wie du siehst, ist das Terminal jetzt weg. Wenn ich jetzt wieder in die 1 zurück wechsle, bin ich wieder auf dem Workspace 1. Und so kann ich jetzt durch die ganzen Workspaces im Prinzip durchschalten. Ja, gut. Dann schließen wir jetzt mal das hier auch mit Super Q. Und drücken, öffnen das D-Menu mit Windows und F3. Das hatten wir ja in der SX-HKD-Datei so eingestellt. So habe ich das konfiguriert. Das hier ist das X-Menü. Ja, und jetzt kann ich hier zum Beispiel nach etwas suchen. Zum Beispiel Nitrogen. Da wird es auch schon angezeigt und markiert. Dann kann ich Enter drücken und schon öffnet sich Nitrogen. So, hier sieht man jetzt erstmal nicht viel, außer dass es ein bisschen blendet. Sieht auch nicht sonderlich schön aus. Das muss es auch nicht, denn ich brauche das jetzt hier wirklich nur, um die Hintergrunddateien, die Hintergrundbilder zu suchen. Die finde ich in der Regel unter User Share Backgrounds. Da haben wir die Newtix-Bilder. Select. Okay. Und jetzt werden die auch alle angezeigt. Und ja, dann kann ich hier schon mal alles auf Zoom Fill setzen. Und dann schauen wir uns doch mal die Hintergrundbilder an. Ich nehme mal das erste, gehe auf Apply. Ja, im Hintergrund sieht man, das ist jetzt schon schwarz geworden. Und dann wechsle ich einfach mal auf den zweiten Desktop. Und ja, so sieht dann das Hintergrundbild aus. Ja, das ist ein Horn, Newtix. Das ist das LXDE. Dann Standard Hintergrundbild. Wieder mit Super 1. Dann finden wir dann hier noch die Standard Hintergrund, die neuen Hintergrundbilder. Ja, hier mit dem Bergsteiger. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist richtig, richtig tolles Design. Also finde ich eine super Idee. Den gibt es ja noch in grün und rot. Und dann haben wir hier noch ein paar altere Hintergrundbilder. Was ich aber auch sehr schön finde, sind diese hier. Die mit dem Bergsteiger auch nochmal. Aber dann eben mit diesem Hintergrund, mit den Bergen in der Schweiz. Da kommt so richtig Schweizer Feeling auf auch nochmal. So, was haben wir hier? Wunderschön mit Sonnenuntergang. Auch nochmal den Schweizer Alpen. Also es ist wirklich fantastisch. Ein Traum. Ja, und dieses Hintergrundbild will ich jetzt hier einfach nehmen. Das mit dem Wald, das finde ich super, super schön. Und dem Adler. Und das belassen wir jetzt einfach. Und das sieht auch wunderbar aus, wenn ich jetzt das Terminal nochmal öffne. Ja, so schön im Hintergrund. Und dann kann ich hier jetzt quasi in diesem Terminal jetzt arbeiten. Und ja, kann jetzt im Prinzip loslegen. Wir können zum Beispiel auch irgendwas installieren wieder mit Get. Und dann hatten wir zum Beispiel noch Neo-Fetch. Hatten wir noch nicht. Fetch. So. Einmal rein. Fertig. Aber wir gucken mal ganz fix nochmal H-Top an. So, hier. Und wie du siehst, der RAM-Speicher. Wir haben ja jetzt alles schon geladen und schon ein bisschen rumgespielt. Und trotzdem ist der RAM-Speicher bei weit unter 300 MB. Also 221 MB ist momentan der RAM-Verbrauch. Und das ist wirklich absolut klasse, absolut genial. Und es funktioniert halt alles. Internet hat jetzt ja auch funktioniert. Hast du ja gerade gesehen. So, mit F10 kann ich hier wieder raus. Und, ach so, ja. Dann der Dateimanager mit Windows Umschalt-Enter. So, das wäre dann hier. Das ist dann der Dateimanager. Der ganz klassische Gnome-Dateimanager. Hier, da kann ich dann auch in die Einstellungen. Da sieht man dann hier diese typischen Gnome-Button. Ja. So, und, ja. Ach so, und mit Steuerung H kann ich dann auch die versteckten Dateien anzeigen. Also die Dot-Files. Ja, da komme ich dann von hier aus ebenfalls in den Konfigurationsordner rein. Und habe dann hier Zugriff auf die Dot-Files. Jetzt ist es ja so, dass du, wenn du jetzt hier drin bist bei Essex. Wenn du hier Doppelklick machst, kriegst du natürlich einen Fehler, dass es keine Anwendung installiert ist, die das öffnen kann, eine Textdatei öffnen kann. Da kannst du dann entweder nochmal G-Edit installieren zusätzlich oder öffnest alles über das Terminal über Wim. So, den Firefox, den öffnen wir jetzt auch nochmal mit Windows und F1. Das ist auch meine Standard. So, und hier ist das, was ich meine. Hier oben fehlen dann halt die Knöpfchen zum Wegschalten des Browsers. So, das ist im Prinzip dann der ganz normale Firefox-Browser. Der kommt standardgemäß auf Englisch daher. Da kann man aber ganz einfach bei Language und Appearance kann ich hier einfach die Sprache ändern. Hier, Select Language to Add. Dann gehen wir G wie Deutsch. Da ist G wie Deutsch. Add. Warte mal kurz, bis er runtergeladen ist. Okay, fertig. Und schon ist er auf Deutsch, ne? Inklusive das Menü. Geht also super schnell. So, entweder mit Windows Q kann ich schließen oder hier oben einfach auf das Kreuzchen ist es auch zu. Ja, und das ist im Prinzip Newtix Linux, der flotte Schweizer mit BSPWM. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Fazit. Also, mir hat das Ausprobieren und Testen von Newtix Linux unglaublich viel Spaß gemacht. Das war ein tolles, tolles Abenteuer. Es ist wirklich super intuitiv, super schnell. Und das lohnt sich immer, ein sogenanntes Independent-Betriebssystem zu nutzen. Also eines, welches eben nicht auf irgendeinem großen Derivat beruht, wie zum Beispiel auf Ubuntu, auf Debian und so weiter. Ganz einfach, weil diese meistens ein bisschen aufgeblähter, ein bisschen langsamer sind und meistens auch viel zu viel Zeug einfach schon vorinstalliert haben, die man als Endanwender vielleicht auch gar nicht braucht und beim zehnten Mal gar nicht weiß, dass man diese Sachen überhaupt hat. Und diese schlanken Betriebssysteme hier, die nur so von Teams bearbeitet werden, so aus zwei, drei, vier Leuten, die sorgen ja automatisch dafür, dass das Ganze auch wirklich schlank bleibt. Newtix Linux ist definitiv nicht für Anfänger geeignet. Das kann man einfach mal so sagen. Man sollte durchaus wissen, was man tut, wie Linux funktioniert, wie ein Linux-Betriebssystem aufgebaut ist. Und man sollte auch schon erste Erfahrungen gesammelt haben, zu verstehen, wie ein Paketmanager funktioniert und welche Sachen man wirklich braucht, um bestimmte Sachen zu nutzen, wie zum Beispiel ein Fenstermanager. Du hast ja gesehen, bei der Installation, als wir die Pakete nach runtergeladen haben, es muss halt mehr installiert werden als einfach nur BSPWM. Es müssen exakt der Grafikserver heruntergeladen werden, gegebenenfalls die Auflösung angepasst und so weiter und so fort. Und ja, all das ist kein Hexenwerk, man kriegt es sofort hin, ohne Probleme. Man sollte aber schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, man sollte sich damit auch schon mal auseinandergesetzt haben. Und dann ist Newtix Linux ein wirklich, wirklich gutes Produktivsystem. Jetzt bist du gefragt, sag mir doch einfach mal Bescheid, ob du BSPWM überhaupt nutzt oder irgendeinen anderen Desktop-Manager oder Fenstermanager und ob du Newtix vielleicht schon mal ausprobiert hast. Das täte mich dann sehr interessieren. Du kannst es einerseits hier unten in die Kommentare schreiben, hier unter dem Video, oder du gehst einfach auf den Link in der Videobeschreibung, hier auf matrix.to, so ein Typ im Internet, matrix.org, da ist der Link in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, dann am besten Elemente als Chat-Tool installieren oder kannst du auch im Web nutzen. Und dann kommst du hier in meinen Chat, in meinen Matrix-Space hinein. Da gibt es einen Chatraum, der ist verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt und hier kannst du dich austauschen und du kannst Tipps geben, Hilfestellungen geben oder auch Fragen stellen, Hilfe anfordern. Überhaupt kein Problem und dann können wir hier eine richtig schöne Community aufbauen. Gut, das war es von mir. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit BSPWM und mit Newtix Linux. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.